Rechte Hand hoch, er kommt mit links, rechte Hand hoch. Füße stören. Jawohl, das japanische Rückzug, ja! Super, stark. Halt den Arm fest, pass auf Müller auf. Abschütteln. So, du führst. Mach was drauf. Komm zu dir, der kommt zu dir. Und die rechte Schulter hoch, rechte Schulter hoch. Da hast du ein Griff, da musst du frei sein. Ja, jetzt hast du eine Seitwärtsbewegung, jetzt kann es kommen. Vorbereiten, vorbereiten, Füße. Jetzt! Mit der Schulter, mit der Schulter! Bleib mit dem Fuß drehen, ach, setzen! Mit der Schulter werfen! Gut! Geht's noch, Großer? Ah, ist gut. Reut. Dann schmeiß ich nie Potsch. Tief Luft holen und weiter. Rechte Hand hoch, lass dich da nicht abfahren. Ja, genau. So ist gut, so ist gut. Jetzt seid jetzt nach hinten. So ist es gut, ja, voll. Gleich wieder auf den Bauch! Jawohl! Arme aufpassen! Bleib so! Wow! Es geht noch! Du musst nur keine Sätze, wenn du nicht hinten bist. Gleich die rechte Hand. Sie ist jetzt wieder da. Rechts hoch! Rechte Schulter freimachen! Jawohl! Rauch! Und gleich das Bein rein! Bein rein! Bein rein! Leg das Bein hoch! Komm! Rein, bitte! Du schaffst es! Mit der Kombination hast du ihn wunderbar gekriegt! Schön locker und dann hol dir deinen Arm. Jetzt kommt er gleich locker, da kannst du nichts einziehen. Jenters! Jetzt! Links ein! Rechts die Hand hoch und die Schulter freimachen. Und links, er geht schon links weiter, sonst kommt gleich deine Felschen. Zieh am Arm, zieh am Arm, zieh am Arm! Arbeiten! Weiter! Arbeiten! In die Matte nach links rein! Deine Zeit, arbeite mit ihm! In die Matte! Nimm seine Hüfte mit! Ja, sie hat sie drin! Lauf durch! Du darfst noch aufstehen! Lass ihn kommen! Gleich die rechte oben! Wer muss kommen? Also lass ihn ihn noch machen, ja? Kann man es oben machen? Ja, so ist es. Ja, jetzt ist die rechte oben, du hast ihn schon, du hast ihn schon! Mach was draus, ansetzen! Auf Abstand halten! Ja! 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 So, rechts hoch, links zu, Füße, dann seitwärts, dann deine Technik. Ja, so hat er! Ja, ich bin da! Ja! Ja! Und jetzt, wie ist es? Ja, ist ja! 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 Was wird die Afrikation führen? Ja! 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 Das ist Ihnen gesichert. Das ist Ihnen gesichert. Hauptreise. Ja doch, die Ferse rein. Mit den Händen arbeiten. Jawohl, der macht da auf, der macht da auf am Hals. Rechts. Jawohl. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Kein Summiger Eschen mehr. Nur noch große Techniken und Wege. Rechts der Hand hoch. Mach die Hand hoch. Ja, weiter. Dann wartet auf den Konter. Du musst nach vorne gehen. Geht's doch, Großer? Auf, sieh, sie reißen die Zorn. Wie viele Finger hast du? Was? Rechts hoch, links, zug, seitwärts. Schau, dass er die Füße nicht zusammenbringt. Kopf hoch. Hoch. Steh auf. Und jetzt sein Sie. Hier schau. Wir schauen. Wir schauen. Wie lang noch? 40. 40. Sie geht jetzt 40 Minuten zu hauen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's, Stidi. Jetzt geht's. Jetzt wird's jetzt noch 30. Jetzt geht's. Ich will, wenn ich's durchreißt. Jetzt geht's. Ich will, wenn ich's durchreißt. Ja, schöner Joko. Weiter, weiter, weiter. Popo, Schiebe an. Weiter, weiter, weiter. Auf, Stidi. Auf, Stidi. Auf, Stidi. War schön. Nicht hilfreich. Nicht das Kumpfwerk zu stören. Nein, jetzt für die letzten 30 Sekunden, oder? Der Wurf war gut von hier. War auch ein schöner Junker. Für die letzten Sekunden rechts ansetzt. Ja, weiter, schöner Junker. Hört doch. Ja, halt die Gniff, halt die Gniff. Es ist gleich vorbei. Vier Sekunden. Vier Sekunden, zehn Sekunden, dann war's das. Rechte Hand hoch. Rechte Hand hoch. Echa. Zio eindrehen. Ja. Ja. Vier. Jo. Sauber. Ich hab dich da. Ja. Ja.